Ich kann sie nicht töten! Ich kann diese Bots nicht töten! Da ist er auch tot! So schlecht! Die sind so schlecht! Ich schwöre, die sind so schlecht, Mann! Wo ist der Sniper da vorne? Er holt mich auch! Ich komm nicht mehr raus! Ich liebe dieses Spiel so sehr! Wieso? Was am Ende passiert ist und ich muss sagen, das Spiel ist schon gut, aber es sind so viele Fehler noch in diesem Spiel. Das glaubt man einfach nicht und schade um die Runde, aber schaut euch das einfach selber an! Wie gesagt, schreibt es euch in die Kommentare, wie ihr Fortune Skips findet und schaut gerne auf Twitch vorbei. TikTok, wir streamen täglich auf den Plattformen, lasst einen Follow da, einen kostenlosen Abo auch. Vielen Dank für den Support hierfür! Wir laden ja jeden Tag Gameplays hoch! Wir haben einige coole Gameplays, auch Tipps, Tricks, Waffen-Bilds, da kommt noch einiges dazu! Jetzt, falls wir uns morgen nicht im Stream hören, schönes Wochenende an euch! Sonst hören wir uns eventuell morgen und jetzt viel Spaß beim Gameplay! Heit! Jeder von uns stirbt, alle sehen wo ihr seid oder wo ich bin oder wo er ist, das ist das Problem! Man sieht, es ist einfach Dauer auf Drohne dann! Das ist das Problem! Schau, jetzt sehen die uns! Es ist, er konnte nicht zielen, glaube ich, oder? Wie oft mir das passiert! Es war halt nicht hoch, wo ich untergefallen bin! Wie oft ich so sterbe, bin im Ziel! Gib mir eine Waffe, verdammt! Es gibt doch auch irgendwo eine Waffe, oder nicht? Einfach keine Waffe hier! Nur eine Scheiß-Shotgun, die ich nicht spielen will! Und immer noch diese beschissene Revolver! Jede Waffe ist besser als diese Revolver-Waffe! Ich sag's euch! Sind bei euch welche, oder's? Ne! Ne! Wollt ihr die pushen? Was ist der Plan? Ja, eigentlich! Ich geh schon mal vor! Auch echt wenige Plätze! Für jede zweite Kiste ist mal eine Play drin! Ja! Okay, ich geh, ich geh auf! Oha! Hier sind so viele Gegner! One-Shot, Alter! Wo ist denn diese beschissene Kontradrohne, Bro? Es ist so eine Scheiße, diese Kontradrohne. Hier, die sind da drinnen! wir müssen die kurz haupten wegen dem bei mir bei mir noch bei mir noch ich komme nicht mehr raus ich komme nicht mehr raus ich liebe dieses spiel so sehr ich komme nicht mehr raus kämpfen bei mir sind bei mir bei mir wie ich da kommt eine reine fenster an der seite fenster fenster hier fenster und unten noch hier noch tot sehr schön und unten unten hier hier waren schaut waren die abin gedauert da unten er holt sie uns hoch die uns hoch schießt da unten rein der sich hoch hinter euch landet jemand im wasser im wasser wo sind ich sehe die nicht aber diesen im wasser irgendwo ja warte ich komme zu euch ja ja macht rät rein hier sind so viele hier sind so viele zeit hier sind so viele oh mein gott zeit warte wo ist andere meine waffe wie viele sind hier wie was wie viele bot sind hier tot hier ist noch ein präzis da ist noch einer warte ich kann so nachmachen noch mal ein präzis da ihr habt zwar glaube ich noch welche ich höre ich schütte glaube ich was das für eine waffe aber meine ram 7 dies geil warte mal wir nehmen die waffe mit so alle hinter euch hinter ist noch jemand hinter euch minimap nein nein ich brauche nichts aber hinter euch ist ja ja da er springt rüber hast du da ist tot andere seite rechts wir können die sonst kaufen wenn ihr wollt wir haben so viel geld kommen lassen es kurz lauter kaufen ja ich schmeiß geld hier ja hinter uns muss doch jemand sein glaube ich ich bin mir nicht aber obwohl sonst sind hier hier ist noch eine drohne einfach kurz lauter kaufen ich hoffe ja rechts von uns sind die ich glaube auch noch drohne so alles ja 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 ist unter uns da wie kann er das überleben wie kannst du das überleben was habe ich auf ihn gerade wieder geschossen man da war doch schon one shot ganz zeit verdreht der ist ein deutscher hier und hier und hier unten wir können empfangen hat er da hier unten da one shot one shot tot ja ja sein teammate ist über uns über uns über uns über uns wer ist hier oben warte ich aktiviere meine drohne ja so dass oben da oben drauf bei dir irgendwo seid okay das war ja da ist noch einer zeit warte wo man er landet er landet er landet warte mal wo ist denn der er ist tot glaube ich er ist tot ich gehe wieder hoch ziemlich hoch da rechts ja jetzt seid ihr auf der straße auf der straße warte hier hier ich hab's gesehen drohne wartet kommt wieder du kommst wieder hier hattest du drohnen ja da landet einer der landet einer rechts one shot der ist hier der ist hier vorne hier vorne mutter ich kann sie nicht töten ich kann diese bots nicht töten da ist doch tot und ich werde von hinten angeguckt vor sich das ist alles gut war das halt nein nicht dein ernst die zeit bekommst du da ja diese so schlecht die sind so schlecht ich schwöre diesen so schlecht man wo ist das sniper da vorne erholt mich auch ich weiß nicht wo keiner markiert er es bleibt mich immer noch rechts richtung laut der sitzt da ich sehe den einfach nicht das ist jetzt aber gleich kommt so und kommt zu den aktiven drohnen einfach hinter dir sei die werden alles kommt kannst du töten rechts hinter dir auch es ist so lustig einfach dass das neil bei uns alle töten bruder das ist ein bisschen bord er kann nichts die stelle kann nichts warte dieser typ hier die der der beschissene bord verpiss dich tschüss der ersten bord ich weiß nicht wie der uns ganzer töten kann gerade unten im tunnel ich musste ich muss darunter aus ich präzter auf der zeit ja 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 ich bin geholt das ist wieder und schon überall so menschen ich verstehe ganz hat mir durch durch diese beschissenen sniper es bleibt mich immer noch langweilen mich nicht langweil mich nicht du scheiß bord wo ist dieser ja jetzt jetzt werde ich ganze zeit von ja aber ich sehe ja auch nicht jetzt sehe ich ihn weil keine zeit keine drohe jetzt jetzt sehe ich hier dabei bei wo ist andere bot unter uns irgendwo es unter uns ist hier von hier 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 vorne hier der ist auch tot ist gut hauptsache jemand kürtet sie mir ist es egal denke ich halt auch immer hauptsache tot ja weil ich immer sagt man schaut aber die sind wirklich alle waren schaut da drin da drin da da man schaut gedauert er ist hinter dem stein kannst du künste finischen er ist hier aber ihr seid gar nicht da abtun aids da rein warte ich ja der holt sich hoch ich habe so viel damage da rein habe ich auch gedauert wieder da drin rechts in dem schweiß mal der nade rein seit hier der holt ihn der holt ihn warte ich verkehren bei drei ich brauche zwei gedauert war hat ich muss von anderen seite du bist auch tot wie viele sind denn da noch drinnen habt ihr sie jetzt ok ich habe so viel damage da rein woher ich bin bei bei 5000 damit schon gott was meine waffe wie alles gut hauptsache jemand finischt die oder tötet sie davon event shop kommt es muss jetzt ein win sein mann ist es und der scheiße nein 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 der ist katastrophe wir müssen aber so und dann lasst uns über rechts spielen kommt wir rotieren jetzt rechts wir über die wir haben spielen über rechts ihr habt rauchgranaten ja ich habe eine noch okay aber wenn wir hier zu rechts wäre auch noch ein shop aber da will ich auch nicht spielen da links 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 landet einer da man schaut da oben wohni 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 es schwer ist man schaut man kann nichts okay was auf 4 hier vorne ist auch noch einer drin ja ja bei euch ist einer drin snipe der snipe jetzt müssen wir zusammenspielen lass uns zusammenbleiben da gegenüber one shot down er holt sich hoch er holt sich hoch ich habe ihn nicht für gefinisht okay abziehen lasst zusammenbleiben markier mal wo es seit rechts bei euch ist so laut schießt mal die konnte drohne nebenbei wenn es geht weil dies konnte drohne warte ja ja bei euch bei euch wo ist er liegt auf dem dach ihr seid es nicht beide ist auf mir auf mir hier unten als gut er ist tot nein da ist noch einer da ist noch einer seit ich brauche wichtig bei mir sind gegner bei mir sind gegner ich habe gegner bei mir warte ich kann nicht sonst ich kann ich kann kaufen ich kann kaufen darf drückt durch drückt durch drückt durch drückt schneller warte jetzt warte ja 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 jetzt beide alles gut hier ist einer bei mir drin ja erst bord noch ich kann gar nichts ich könnte sonst noch zu mir kommen wenn die was braucht rechts auf dem dach auf dem dach wie viel geld dann wirklich lauter kopfen gibt konkurs kommst du mir kommst du mir kommst du mir ich kauf laut hier ist ein shop wo ist denn der shop hier hier kommt es kommt ja hier nimmst du nimmst einfach kauft laut kommt noch eine drohne irgendwas muni habe ich noch kauf einfach kauf einfach moniel oder drohne okay wir müssen leicht vorgehen ihr habt alles kommt mit vor hier ist jemand drin hier ist jemand drin hier ist jemand drin hier ist jemand drin bei mir habe ihn alles gut mitnehmen mitnehmen warum hinter diesem text nicht mit wir haben eigentlich nicht so geile position gewendet da oben wir haben richtig scheiß position das mit einer rota wo die moni 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 da oben alle platz weg wir müssen oder nicht hoch lasst uns drunter stehen war die je nachdem warte wird schon zeit passt oben auf oben auf dem fucking dach hier ja da ist noch jemand ich schaue nach oben ich schaue nach links okay wenn die runter springen werden die sterben schaut sie nur nach links kurz falls sie oben noch sind aber nicht kann ich denke dass sie ja ja die drohne schießt die drohne die drohne ab diesen oben die sind da oben rechts oben schießt diese drohne ab habe ich 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 kann die semtext nicht da oben der ist von der ist tot da oben der liegt hier scheiße wir müssen rotieren wir müssen rotieren sonst sind wir die geaschten lassen lassen weitergehen lasst uns weitergehen das zeit geht einfach hoch warte wir die haben aber besser sie haben high ground fangt ja mal und die haben einen grund ja ja die haben die werden von oben unterschießen das überlebe ich nicht wenn die runter springen wenn die sterben schön ist einfach schütze ab sie geraucht ich warte ich gehe weiter hinter ich weiß nicht ob ich hoch gehen soll wie viele sind es noch ich will warte habt ihr noch nichts jetzt liegen die jetzt schicken die auch noch geht's kurz rein geht's kurz rein sonst sterbt sie einfach kurz drin wir werden nicht sterben wir haben wir warte was 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 bruder dich